Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Beyond the Steel Sky. So, wir haben uns nach oben geschmuggelt durch den Fahrstuhl. Können wir hier was machen? Kontrollraum. Untersuchung. Was macht er? Das ist die Joey, das ist der, wenn er im Weg steht. War das ein Gitter? Was ist das denn? Sandwich. They really were fancy sandwiches. The crusts have been cut off. Was ist das denn hier? Befrischendes Getränk. It looked like someone had been having their own little party upstairs. Okay, und hier? Dann die Luftschacht. The vent appeared to lead to the side of the building. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin. So verdammt mal. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein. Okay, wir gehen durch die Vente. 8 bis vor der Beauty. Wenn du so sagst. Oh Mann, ich vergesst, wie alt das Show war. Okay, move. Ich kann nicht sagen, ich bin kein Droid in meinen Worten. Oh, wir können auch rein, oder? Kommt wir auch rein? Man macht alleine, okay. Well, thank you, Joey. So, dann geht's hier raus. Wir hoch. Außerhalb der Stadt diesmal. Was ist denn für Gestalten da? Ich frage sie auch, warum folgen wir diesen Gestalten, ne? Weil wir glauben natürlich, dass es ist. Aber woher weiß er, dass diese Gestalten was damit zu tun haben? Fragt man sich dann auch zwischendurch, ne? Ich finde das immer ein bisschen merkwürdig. Ah, das hat nicht so richtig einen Song gehangen gehabt. Mit der Geschichte, oder? Oh, das gucken wir uns an, wenn wir schon alles gemacht haben. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich weiß, dass ihr alle liebt ein Giggle und ein Gaffau. Und zu machen, dass es ein Giggle ist eine meiner Lieblingsmöglichkeiten. Also dieses Jahr, ich dachte, es wäre wunderschön, zu sehen, was passiert, wenn ich einen Droid eine Poetrein auf seinem eigenen Weg schreibe. Also, ohne zuerst, würde ich gerne einen sehr speziellen Guest bringen. Mein sehr eigener Fidelis II Domestik Savant, Tarquin! Ja, das geht schon mal hinten los. Ja, das sollte gut sein, Leute. Haha! Und nicht zufrieden, wie es geht, ich werde mit einem Kratzer von meinem eigenen Kratzer gehen, Tarquin! Show diesen guten Leuten, was du hast! Die Stadt riecht uns auf uns, mit Blut und Bile. Es konsumiert unsere dunkle substanze, leaving nichts, aber ein Riech. Der Riech ist so schnitzend wie onion skin, und es schlussendlich schlägt. Die Schmerz hat eine Drohlinge Maw. Die Schmerz hat eine Drohlinge Maw. Die Schmerz hat both ranken und schwarzen. Mit Horrors, just behind der Jaw, were lips to be pulled back. Die Schmerz hat vielleicht infectious, but the heart is covered by sin, for no one can beat us from the enemy within. Wauw! Wauw! Tarquin! Das war... ...Incredible inspirierend. Oh, danke, danke. One kann nicht warten auf den Geheimd. Ja, danke. Ja, naja, vielleicht eine 5-Minute-Brecke zuerst. Schniffel, wo war dein Droid ungewöhnlicher findest du diesen schlussischen, schlussischen Poeten? Ist das dein Werk? Nein, Herr. Ich habe keine Ahnung, Herr. Vielleicht sollte ich nach Hause gehen, Herr Herr. Ja, ich empfehle, dass du es machst. Und du kannst eine Besitzung von mir auslösen. Wollte ich holen, Herr Schultz? Nicht jetzt, Turquen. Was hast du getan? Ich kann nur für die Poeten-Laurierer-Erreo-Judgungen entsprechen. Bitte, zurück zu deinem Spiegel. Das war sicherlich etwas. Ich denke. Da sind die anderen Leute natürlich abgehauen, oder? Oder vielleicht auch nicht. Gucken wir mal, wie wir es finden. Wir laufen erstmal weiter. Wo muss ich denn da hinkommen? Wir laufen nur einmal im Kreis, nee. Da. Da. Gehen wir auch runter. Joey ist doch nicht auf dem Weg. Strickleiter. Ja, nutzen wir die auch. Oh, eine lange Strickleiter, oder? Hei, 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 ist lang. Geh, Foster. Ich erwarte, du bist in bessere Form. Schau mal, Joey. Ich bleibe ein Blick auf. Was ist das denn? Ah, da ist das. Das ist der Hund, den wir besucht haben. Gucken wir das an. Jetzt wissen wir, wo die Kinder verschwunden sind. Das Fahrzeug. Es ist das gleiche als der, der Milo verbrach. Ich glaube, das bedeutet, dass wir im richtigen Ort sind. Böse, schau dir aus! Oh, der Kopf ist los. Arana? Du! Arana, stopp! Ja, Arana, stopp! Ich bin nicht, wer du denkst, ich bin. Ich weiß, du bist nicht Graham Grundy. Du hast mir lacht, seit dem Moment, dass wir uns getroffen haben. Was zur Hölle hast du mit dem echten Graham gemacht? Und wer zur Hölle bist du? Mein echte Name ist... Robert! Was ist die denn da? Danielle Piermont? Die Frau aus dem Museum? Was auf der Erde ist ein schöner Junge wie du, in einer Rückallie wie das? Arana, bitte, bitte! Du kannst du aufhören! Aber seine Mutter und ich waren in der Schule zusammen. Du kannst ihn aufhören, ich versuche! Kann jemand, bitte, erklären, was zur Hölle passiert? Mein Name ist Robert Foster. Ich komme aus der Gap. Ein paar Tage vorhin, ein von diesen Vehikeln hat mich verletzt. Die Androiden waren armiert, wir können sie nicht stoppen. Sie haben meinen Freund, Milo. Er ist nur ein Kind. Das ist nur ein Kind. Das ist nur ein Kind. Ich brauchte Gramm's ID in der Stadt, aber ich versuche dir, dass ich ihn nicht verletzt habe. Er war tot, als ich ihn gefunden habe. Der Schmerziger Mann! Ich habe ihm gesagt, dass ich nichts dumm versuchen möchte. Das ist alles meine Schuld. Oh, Rana, dear, bleib nicht auf dich selbst. Graham wusste, was er gemacht hat. Graham Grundy ist tot. Du hast ihn verletzt, für seine ID? Robert! Oh, dear. Das ist hart. Nein. Ich fand Gramm's Körper außerhalb der Garten. Er war vor Tage lang tot. Ich war gerade tot. Ich war für ein Kind, der in einem von diesen Vehikeln hat. Ich brauchte einen Weg in die Stadt. Graham's ID war die Antwort. Also, du warst beide Freunde mit Graham? Ich glaube, er hatte keine Freunde. Freunde? Freunde? Alles was du nennen willst. Graham arbeitete an der Landtrain, als er eine dieser Dinge sah in die Stadt. Diese Dinge? Du meinst die Stalker? Ich dachte, sie waren Creepern. Wir nennen sie Walkers. Whatever sie nennen. Hier kommt noch eine. Die Frau in der Stalker. Ich erinnere mich. Sie sind von draußen, oder? Diese... ...weigerin? Sie sind von draußen. Sie sind von draußen, oder? Sie sind von draußen? Sie sind von draußen, oder? Das ist mein Plan. Schön, dass Sie wiedersehen, Robert. Sie auch, Frau Pyramat. Oh, und Arana? Ja? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Er ist von guten Stalker. Okay. Ich bin nicht gespannt. Das Elevator transportiert den Stalker in der Gebäude. Wir brauchen einen Weg, um es zu arbeiten. Okay. Ich behalte mich. Ich denke, du und dein Stalker können das herausfinden. Oh. Wir sind so weit. Wir sind so weit. Kannst du einen Button sehen? Ich denke, dieses Ort war für die Besucher. Foster, ich habe Auto-Link zu dem System. Vielleicht... Komm schon. Es ist kein Weg. Es ist kein Weg. Es ist kein Weg. Hey, Arana. Wir haben ein Weg gefunden. Oh. 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 Donut jemand erwischt. Du hast da ziemlich einen Ratsch fangen. Woah... Was läuft? Es ist okay, Foster. Just lie still. Don't be afraid. I'm here now. Joey. You're Joey. It's good to see you, Foster. Where am I? It's okay. You're safe now. There was an explosion. Orana, what's happened to... Don't worry. Everything's going to be alright. Joey. It's so good to see you again. I should have come back earlier. Hey, it's no problem. Could have helped you. No need, old friend. The Council have everything under control. But that's just it. The Council. You have to stop them, they're... Shh. Calm now. Plenty of time to talk when you're better. Need to get you fixed first. Fixed. What do you mean? Just relax, old friend. Soon have that smile back on your face. Oh-oh. Oh-oh. This doesn't make any sense. Guess I got what it takes. These doors just open for me. Joey, get back! Huh? Don't shoot! Confirmed. Welcome to level 4, UG. That went well. I'll say. Are we... Allowed to be here? I just got it. The system is finally recognizing me for who I truly am. Joey. Great. That means you can disable their android? If this shell had any sort of weapon, it would be a whole lot easier. But I'll give it a go. Wait right here. Right here. Brilliant. This is my time to shine. That android is heading for a fall. Oh, now I'm playing Joey. That's not cool. Let's go around here. Let's go around here. Let's go around here. Let's go on my screen. Let's go on my screen. Let's go on my screen. Name Katze? Dave? Oh, was ist denn das? Guck mal, Raum 1. Das sieht aus, wie da sind Kinder da drin. Das ist ein Foster. Just got to get rid of the android. Aufgabe eingereiht. Okay. Milo. That's the kid that fostered came all this way to rescue. Can I stand? I should do that. I should do that. char runs, Nacho. Oh, no worries. I should do that. I should do it. I should do it. I should do it. Let's do it. I should do it. I should do it. There is abenezer. Es ist eine Kutaz-MX5-Konsole. Diese Dinge wurden für Droiden, nicht für Menschen. Warte mal, warte mal. Hier ist er. Okay, warte mal. Das heißt, wir müssen den einrauben, darf ich hier mal reingehen? Es ist Foster. Du musst nur den Android ausreißen. Foster! Engage deine Wake-up-Protokolle! Keine Antwort. Ich muss noch einen anderen Weg finden. Es sagt, Foster ist ein ideales Kandidat. Ideales für was? Fang, Leute! Wren. Wren. Bis zum nächsten Mal.